Seit Krise ist in Europa, haben wir Deutschen schon viel geschimpft. Über all die schlampigen Euro-Länder, die ihren Haushalt nicht im Griff haben und deren Bürger sich vorm Steuern zahlen drücken. Für die musste Deutschland einen großen Teil der europäischen Bürgschaften übernehmen. Doch vielleicht sollten wir uns einfach wieder abregen. Denn unterm Strich ist Deutschland Profiteur der Schuldenkrise. Dank niedrigster Zinssätze gewinnt der Staat beim Schuldendienst wie nie. Und mindestens so gut läuft es auch für private Immobilienkäufer, zeigen Joachim Barz und Reinhard Lasker. Am Modell wird sie schon mal liebevoll eingerichtet, die künftige Eigentumswohnung. Ken Schluchtmann aus Berlin hat sich für die 97-Quadratmeter-Variante mit zwei Terrassen entschieden. Wir kommen hier vorne rein, haben einen langen Flur mit einem Bad. Dann geht es in die Küche als zentralen Punkt, der Wohnzimmer-Esszimmer-Bereich mit einer Terrasse davor. Und im hinteren Bereich haben wir das zweite Bad, haben ein Gäste-Arbeitszimmer mit einer zweiten kleinen Terrasse. Der freischaffende Fotograf hätte nie gedacht, dass er sich seinen Traum so früh erfüllen kann. Schulden machen war noch nie so leicht. Ich bin selbstständig, muss mich also schon um meine Altersvorsorge kümmern. Und wir trauen natürlich keiner Lebensversicherung oder Rentenversicherung, die uns verspricht, in 30 Jahren etwas auszuzahlen. Genauso ist es mit den Spareinlagen. Die Zinsen decken nicht mal die Inflation. Da bleibt eigentlich nur der Weg in die Immobilie im Moment. Kents Immobilie ist eine von 150 Wohnungen, die hier entstehen. Überall in Berlin werden solche Quartiere gebaut. Die Nachfrage ist riesig. Die Zinsen sind als Folge der Finanzkrise niedrig wie nie zuvor. Kent zählt wie viele andere deutsche Käufer zu den Gewinnern der Krise. Die Kreditbelastung wird sich im Bereich der jetzigen Miete belaufen. Das heißt, sie wird ein ganz kleines bisschen über 1000 Euro liegen. Eben mit dem großen, großen Unterschied, dass das in unser Eigentum reinfließt und nicht bei irgendeinem Vermieter versickert. Ein 10-Jahres-Festzins für ein Hypothekendarlehen liegt derzeit bei rund 2%. Noch niedriger als die Zinsen für Privatkredite sind die Zinsen für die des Staates, für Staatsanleihen. Davon profitiert Deutschland. Immer wenn sich die politische Lage zuspitzt, wenn Unsicherheiten sind, wählen Anleger die deutschen Staatsleihen als Anlageinstrument. Man hat es gerade gesehen bei der Zuspitzung der Krise in Zypern, dass wir einen richtigen Run in deutsche Staatsanleihen gesehen haben. Das hat dazu geführt, dass zu dem Zeitpunkt die Zinsen auf einen historischen Tiefpunkt gesunken sind. So gehen die Zinsen für zweijährige deutsche Staatsanleihen seit der Finanzkrise zurück. Liegen derzeit bei minus 0,002%. Negativzinsen. Und die Inflation ist noch nicht mal berücksichtigt. Diesen negativen Zinssatz, den wir jetzt hier sehen, den gab es noch nie in den letzten 200 Jahren, seit man die Refinanzierung von deutschen Staatsanleihen zurückverfolgen kann. Dieses Szenario gab es noch nie. Das erfreut den Finanzminister. Zwar ist die Bundesrepublik mit mehr als 2 Billionen Euro immer noch hoch verschuldet und nimmt immer noch neue Schulden auf. Aber dank der niedrigen Zinsen wird der Haushalt weniger belastet. Bei der Finanzierung der Anleihen und der Neuverschuldung setzt Deutschland auf lange Laufzeiten seiner Wertpapiere. Ihr Anteil erhöhte sich von 60 auf rund 70%. Der Anteil kurzfristiger Anlagen dagegen sank von 40 auf rund 30%. Jedes Jahr hat der Bund weniger gezahlt als im Jahr davor. Wenn man zum Beispiel 2011 mit 2013 vergleicht, hat der Bund ca. 4 Milliarden weniger zahlen 2013, wie er in 2011 gezahlt hat an Zinsen. Das ist eine erhebliche Einsparung für den Bund und davon profitiert der Bund natürlich erheblich. So geht es Deutschland besser als jedem anderen Land in der Eurozone. Das Bruttoinlandsprodukt wächst in Deutschland seit 2009 um 13,5%. In den anderen Euro-Ländern im Schnitt nur um 5,2%. Und Deutschland profitiert noch von den Krisenländern. Beispiel Irland. In Dublin sollte eines der größten Finanzzentren Europas entstehen. Arbeitsplätze und Wohlstand für kommende Generationen. Auch deutsches Kapital floss reichlich von Banken, Pensionsfonds und Versicherungen. So entstand über zehn Jahre eine gewaltige Immobilienblase. Pat O'Mahony, ehemaliger Banker, erinnert sich noch genau, wie leichtfertig irische Banken Geld verliehen. Plötzlich galt die traditionelle Immobilienfinanzierung über Sparguthaben, bei der Leute mühsam jede Woche 50 bis 100 Euro sparen, als altmodisch. Viel glamouröser war da die rasche Beschaffung von Millionen Euro über den Kapitalmarkt. Doch das ging schief. Förmlich über Nacht platzte 2008 die Blase. Seitdem stehen viele teure Gewerbeimmobilien leer. Die Folge, eine schwere Wirtschaftskrise, hohe Arbeitslosigkeit und soziale Einschnitte. Gleichzeitig verschuldete sich der irische Staat, um die irischen Banken zu retten und damit auch deren deutsche Gläubiger. Irland ließ sich Geld vom IWF und vom europäischen Rettungsschirm. Es gab keine Überweisung aus dem deutschen Bundeshaushalt nach Irland. Im Gegenteil. Viele Leute bei uns ärgern sich darüber, dass deutsche, französische und britische Gläubiger der kaputten Banken von den irischen Steuerzahlern gerettet wurden. Überall in Irland stehen Häuser leer, sind unverkäuflich. Eigentlich müssten Geldgeber ihre Kredite abschreiben, doch in Irland rettet sie der Staat. Und so bekommen auch deutsche Anleger ihr Geld zurück. Und die profitieren erneut von der Krise. In Dublins Einkaufszone kaufen deutsche Schnäppchenjäger Immobilien in Bestlage. Die Preise sind durch die Finanzkrise um bis zu 70 Prozent gefallen. Wir stehen gerade erst am Anfang. Die Banken haben noch jede Menge Immobilien, die sie verkaufen werden. Genauso wie unsere staatliche Immobilienagentur. Und wir hoffen auf die deutschen Käufer. Und auch deutschen Touristen kommt die Krise durchaus gelegen. Noch nie war Urlaub auf der grünen Insel so günstig wie heute. Die deutsche Hotelchefin Christina Walz begrüßt immer häufiger ihre Landsleute im traditionsreichen Seehotel. Circa 80 Prozent unserer Gäste sind Deutsche. Wir sind ausgebucht. Wir können uns nicht beschweren. Sie vielleicht nicht. Aber die Verlierer der Krise schon.